Die Bauma ist für uns eine der wichtigsten Möglichkeiten, mit Menschen und Unternehmen aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten und unsere innovativen Lösungen und Services vorzustellen. Diesmal besonders werden wir hybride Events anbieten, das sind Videoschalten, mit denen wir Kunden in der ganzen Welt auf unseren Stand einladen, um unsere effizienten Lösungen vorzustellen. Die Branche steht vor allem demografiebedingt vor der Herausforderung, ausgebildete Fachkräfte zu finden. Gleichzeitig rückt das Thema Arbeitssicherheit immer mehr in den Fokus auf den Baustellen. Arbeitssicherheit wird mitunter mit mehr Aufwand gleichgesetzt und mehr Kosten. Das ist ein Umdenken ist erforderlich und das ist das, was wir mit unseren Produkten erreichen wollen. Durch effizientes und gleichzeitig Sicherheitsarbeiten und das im Besonderen unter Berücksichtigung des immer geringer zur Verfügung stehenden Fachkräftepersonal. Wir arbeiten im Hause Hünnebeck permanent daran, unsere Systeme Schalung, Gerüst und Sicherheitssysteme effizienter und leichter handhabbar zu machen. Für uns gehen Arbeitssicherheit und Effizienz Hand in Hand. Das heißt, je leichter ein System zu bedienen ist, desto effektiver und sicherer ist es. Als Beispiel dafür die Schalungssysteme, die Wandschalungssysteme MANTO-G3 und MASTO-G2, die einseitig bedienbar sind und somit einen zweiten Arbeitnehmer auf der Gegenseite nicht mehr erforderlich machen. Ein anderes Beispiel ist unser Traggrüßsystem ST60, was sicher aufzubauen ist, von innen mit sechs Teilen, keins schwerer als 15 Kilo, intuitiv handhabbar und damit sicher, effizient und schnell. Wir freuen uns besonders mit Ihnen auf der Bauma in Kontakt zu kommen, unsere Innovationen vorzustellen und unsere Systeme zu erklären. Sie finden uns in der Halle B3. More safety, more productivity. Visit us at Bauma, 24th to the 30th of October, 2022. Hall B3, Booth 248.